Die Regierung hat Maßnahmen zur Ankurbelung der Binnennachfrage präsentiert. Im Mittelpunkt der heute vorgestellten Maßnahmen steht die Belebung des Tourismus. Die Regierung will insgesamt 60 Milliarden Won oder 46 Millionen Dollar einsetzen, um Rabatte für die Unterkunft, das Bahnfahren und Aktivitäten zu gewähren. Sie will 190.000 Arbeitnehmern und Kleinunternehmern jeweils 100.000 Won oder 77 Dollar für Reisen zur Verfügung stellen. Sie plant auch etwa 50 große Festivals, darunter K-Pop-Konzerte, das ganze Jahr hindurch zu veranstalten, um Touristen anzulocken. Ziel ist es, die Zahl der ausländischen Touristen dieses Jahr mehr als zu verdoppeln. Aktuell beträgt der Stand etwa 30 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Hierfür will die Regierung Menschen aus 22 Ländern vorübergehend von der Pflicht zum Erhalt der elektronischen Reisegenehmigung befreien. Die Länder wurden ausgewählt, weil die Quote der abgelehnten Besuchshanträge unter ihren Staatsangehören niedrig ist.